Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man einen Lanthelme Bimetall Hykrometer ganz einfach justiert. Dazu braucht man nichts weiter als einen Schraubendreher und ein feuchtes Handtuch. Dies ist ganz einfach, denn da jedes Bimetall Hykrometer von Lanthelme hinten eine Messingschraube hat zum Verstellen, braucht man nur das Handtuch und den Schraubendreher. Man legt also dazu das Hykrometer in ein feuchtes Handtuch und lässt dies eine Stunde liegen. Da eine Stunde zu lang ist für das Video, habe ich schon eins vorbereitet. Doch dieses Hykrometer zeigt nicht die gewünschten 95% an, wie in der Einleitung stehen. Also nimmt man den Schraubendreher, geht hinten in die Messingschraube und dreht das Hykrometer einfach auf die 95%. Somit ist das Hykrometer komplett justiert und kann in jedem beliebigen Raum verwendet werden. Und diese Variante funktioniert für alle Lanthelme Bimetall Hykrometer, wie zum Beispiel das Terrarien Hykrometer, Wohnbereich und Kinderzimmer Hykrometer sowie Sauna und Weinkeller Hykrometer. Und das lege ist ein sieben, wie zum Beispiel das Sieben. Dann wird das Überschuss unloadiert und beim Einleitung aussiert. Aber eine Stunde ist der Überschuss nicht eher möglich. Und das ist die Überschuss nicht nur ein sieben Stimmung. Das ist das Überschuss.